So sei es drum, es geht weiter. Echt ey. Alter, der weiß haargenau. Das komplette Gebiet. Voller Gegner ist. Und was macht er? Er latscht einfach mal alles Rostige ein. Hauptsache es muss scheppern. Oh, Junge, 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 Junge. Gut, hier ist auch nichts. Ja, ich bin nicht verwirrt. Ich versuche nur ab und zu vielleicht ein bisschen mehr mitzunehmen. Und jetzt kommt glaube ich... Ach. Ach Quatsch, die Typen haben wir doch lange abgehängt. Oh, oh mein Gott! Das ist ja widerlich. Hätte ich doch bloß meine Kamera. Also, die Spanier haben Fallen gebaut, um ihr Gold zu schützen? Das waren sicher nicht die Spanier. Sieh dir mal die Spieße an. Unglaublich. Vollkommen irre. Das ist von unserem Flugzeug. Wie, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Wer stellt solche Fallen auf, wenn die eigenen Leute überall auf der Insel sind? Niemand. Etwas war hier, seit die Falle zuschlug. Etwas oder jemand. Halt! Glaubst du etwa... Hörst du das? Was denn? Nichts. Absolut nichts. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Äh, weißt du was? Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ähm... Wir sollten lieber abhauen, sonst sehen wir nachher genauso aus, wie der arme Kerl da. Okay. Wie viel Schuss? 58. Ich gehe davon aus, die hat mehr Durchschlagskraft als die... ...als die 9mm-Variante. Darum nehmen wir das gerne in Kauf. Und nehmen wir es natürlich mit. So, Schatz... ...sehe ich hier zumindest nichts weiter blinken. Und gehen wir halt jetzt da hoch. Oh. Dann müssen wir auch schon beim Kloster sein, so wie das hier aussieht. Lass sie nicht! Okay, drei Schuss auch, wenn ich den Kopf nicht treffe. Hier drüben! Halbe Deckung! Die Jungs haben Laser-Visiere! Ah! Ah! Das war nicht schlecht. Guck dir, dass er die... Oh, Mann! Oh, und gleich mal zwei Schü... Zwei Schüsse... ...dorting gesetzt, wo sie nichts zu suchen haben. Ah, das kann hier nicht wahr sein. Alter! Ah, noch ein, komm! Sehr gut. Ist denn... Ja. Roman und Navarro können nicht weit sein, wenn ihre Hescher hier beim Tor sind. Also jetzt muss man auch sagen, also dieses Hin- und Herrollen ist natürlich, jetzt bezogen auf die Realität, reichlich dummes Zeug. Das ist, der muss ja immer... Wenn ich vor dem Herrollen muss er ja einfach nur abdrücken. Also das... Nicht zwingend warten, bis er mich genau anvisiert hat. Ah! Steht da jemand, ne? Macht hier irgendwas Bling-Bling? Werden wir wieder prädestiniert hier? Aber das scheint auch nicht der Fall zu sein. Gut, dann geht's weiter. Ah, die Desert Eagle ist natürlich echt Deluxe. Das ist halt wie die Wes. Ein Treffer. Beziehungsweise, gut, bei den gepanzerten zwei Treffer. Und dann haben wir sie über den Jordan gejagt. So, hier gehe ich, glaube ich, nur mit gezückter Waffe hoch. Warte mal, ganz kurz gucken. Äh, da scheint nichts zu sein. Ei, 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 ei. Ach, das ist auch eine dicke Wumme. Moment. Vielleicht geht's nicht lang. Ich beobachte das ganz genau. Ja, okay. Ich höre... Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesen Typen nicht. Da drüben! Ach! Okay. Was, das schon? Was? Schön wieder. Schön wieder. Oh, bin ich nur einer Nahkampf-Crack oder was? Sehr gut. Ja, hier auch noch. Ah, herrlich. Neun Schuss. Mensch, das sind... Wenn man es clever anstellt, halt tatsächlich auch neun tote Gegner, ne? Ich sag ja, wenn man es clever anstellt. Bisher habe ich mich für diese Cleverness nicht empfohlen. Nein. Ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß. Ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Puh, 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 puh. Also... Jetzt! Ich wollte gerade sagen, wenn... Was? Wenn hier mal keine Schießerei stattfindet, dann weiß ich auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein! Okay, alles klar. Die kriegt man sicherlich hier. Hey! Ich dachte echt, ich könnte es wie ein Held machen und dort einfach durchstürmen, aber... Was soll ich sagen? Dem war einfach nicht so. Wenigstens habe ich noch meinen neuen Schuss. Okay, wir gehen ein bisschen weiter. Und gehen hier hinter der Mauer an Deckung. Oh, geh mir aus der Se... Alter! Richtig. Warte mal. Ah, mein Freund, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen. Da kam doch noch ein Schuss von rechts, oder? Sehr gut. Den hätten wir auch. Drei Schuss noch, wir laden nach. Shit. Okay, die... Die müssen sich mit einer größeren Waffe ein bisschen mehr unter Druck setzen. Sehr gut. Oh, natürlich musste ich gerade eben da hochlaufen wollen. Puh. Ja, alter Schwede, die sind gut... Los geht's. Die sind echt gut gesichert. Oh, eine SHS. Sehr gut. Ah, ein M4-Stromgewehr, auch sehr gut. Aber die... Die sind jetzt hier ein bisschen... Warte mal. Alter. Warte mal. Einer? Also, einer würde mich jetzt wundern. Aber es sieht so aus. Da war nur einer. Ne? Ne, wir bleiben beim M4-Stromgewehr. Wir nehmen natürlich alles noch auf, was wir hier an Munition haben. Wir haben ja noch ein paar umgelegt. Also ein bisschen einsammeln können wir schon noch. Weil mit einer 3-Schuss... Weil mit einer 3-Schuss... Auch Desert Eagle... Mit einer 3-Schuss werde ich nicht rumlaufen. Was haben wir hier? Ah, das kann sehr helfen. Gut, dann wird es nicht erwohnt werden. Ja, doch so gut wie immer voll das Magazin, wenn wir die aufsammeln. Jetzt haben wir... 2-3 Mal zugegriffen. Jedes Mal so oberhalb von 50 Schuss. Ja, und die ist auch schon voll. So, sehr gut. Sehr gut. Kann man so stehen lassen. So, dann... Dann machen wir uns mal wieder unsere Klettermühe. So, dann bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir hier drüben auf der anderen Seite. Dann müssen wir jetzt das Tor eintreten. Alter, warum man nicht versucht, das Tor erstmal rauszunehmen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Jedes Mal muss ja das Ding eintreten. Ist doch mehr als offensichtlich, dass die Leute... Hä? Dass die Leute mitbekommen, was wir dann hier machen? Okay, der Einzige, für den es nicht offensichtlich ist, was wir hier machen, ist mir anscheinend selbst. Ach, hier geht es lang. Guck her, alles klar. Ähm... Mhm. Ja, mal kurz gucken, ob hier irgendwas blind. Da unten war doch was, oder? War da unten was? Na gut. Ich glaube, wir müssen jetzt in die Richtung. Und? Ich habe mich geirrt. Sehr gut. Sehr gut. Muss ich doch in die Richtung? Ach, hör doch auf. Wo muss ich denn hier lang? Muss ich mich hier fallen lassen? Ich bin mir nicht sicher. Doch. Doch. Okay. Hier haben wir... Ein... Das war geraden. Okay, es war offensichtlich. Ja. Oh. Was haben wir denn da hinten? Noch noch einen kleinen Schatz. Sehr gut. Juwelen besetzt. Offensichtlich Rubine. Ähm... Hervorragend. Auch damit können wir prima leben. Auch die kriegst du für ein paar Euro weg. So, nu? Ach so. Gut, wir können da hinten das Tor öffnen. Aber wir könnten auch da hochklettern. Moment. Moment. Also diese Lian, das meine ich zu wissen, hängt da nicht ohne Grund. Hier. Ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Natürlich. Ja, langsam ist nicht so ihr Ding. Ach nee. Naja, hier gibt es einige Shootouts. Die Raben fliegen gleich wieder los. Und... Das Feuerwerk kann beginnen. Ja, nicht ohne Grund durfte ich hier zu viel Munition... Halt. Nicht ohne Grund durfte ich hier zu viel Munition einsammeln. Okay. Er ist da drüben. Hey. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt erwischt habe. Wo, 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 wo? Oh, wo, 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 wo Oh, sehr gut. Sehr gut. Mit dem machst du natürlich ein paar Krills. Das ist mir sicher. Alter. So, okay, auch das haben wir. Hehehe. Schrei. Au. Direkt in die Rücken. Und wo kam es? Von da. Sehr gut. So, ich bin gespannt. Das Areal ist viel zu groß. Das wird es einfach noch nicht gewesen sein. Oder doch. Au. Ah, wo kam das denn her? Wo kam das denn her? Hau doch auf. Also, das ist ja mein... Aber ich glaube, einer ist noch da. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Ja, natürlich. Das muss die Bibliothek sein. Dort drüben. Ja. Also, ihr könnt nicht durch den Haupteingang rein spazieren. Gehen wir anders rein und sehen uns um. Könnte durchaus sein, dass das die Bibliothek ist. So. Jetzt hat man eigentlich genügend Schuss. Also hier 60, aber dann hier das nochmal. Okay. Pass. Lass mal so. Da kann man auch Gegnerharten auf uns zukommen lassen. Sind wir hier richtig? Hat der gerade von... Nee. Ich habe gerade überlegt, ob der von selber eine Waffe gezogen hat. Hat er nicht. Gott sei Dank. So, Kussi. Okay. Dann geht es halt wieder zurück. Ach Mann. Eine Sprintentaste. Hm. Das wäre es. Na gut. Schauen wir uns erstmal das Gelände an. Wollen wir mal... Wir wählen die Bibliothek. Aber ist das Gebäude vielleicht nicht auch interessant? Na, ich gehe mal hoch. Nur mal umzugucken. Sightseeing halt. So. Wird nichts. Ist nichts. Geht nicht auf. Wir brauchen also einen separaten Eingang. Und die Bibliothek, an die glaube ich mich zu erinnern. Das wird dann höchstwahrscheinlich auch wieder ein Gefecht über mehrere Geschosse. Wo auch wieder Balkone sind. So. Ich glaube, eventuell waren wir ja auch vorhin hier schon mal richtig, oder? Ist zumindestens hier beleuchtet. Dann kannst du ja... Ah, ja, ja, ja. Genau. Dann kannst du ja so verkehrt nicht sein. In einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herz erweichen. Aber, oh, ich schwör's euch. Die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig. Bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon zehnmal gehört. Ah, ja, habt ihr recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halt verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Natürlich. Es sind zu viele. Was? Sie sind sogar hier oben? Alter. Warte mal. Da war doch einer mit dem Granatwerfer. Ihr kleinen Bastarde. Ihr kleinen Bastarde, wirklich. Also, ich sag mal, den Balkon zu bereinigen, dürfte Aufgabe Nummer 1 werden. Halt den Kopf unten! Oh, Mist! Halt den Kopf unten! Puhu, okay. Haben wir hier noch jemanden? Ich mein, ein Granat, ein Granätchen hätten wir ja noch. So, müssen wir auch nicht großartig treffen. Oh Mann, das wurde aber auch Zeit. Hm. Für ne Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Na ja, Sully. Merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so vorheilig, klar. Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut. Das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hm? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan, hat's trotzdem, glaubst du. Glaub ich. Jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum. Und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, weißt du, die Folgen meiner falschen Pferde hinter dem Kloster, das hält sich oft rab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihr Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt, im Kloster. Wo das Symbol ist? Da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. In diesem Raum ist mehr, als es den Anschein macht. Bestimmt. Ja. Hm. Vielleicht die Statuen. Das ist zu vermuten. So, aber bevor wir uns das angucken, ähm, weil das werden wir frühestens erst in der nächsten Folge machen, ähm, sag ich einfach mal an der Stelle vielen Dank fürs Reinschalten. Hat mich wieder sehr gefreut. Ähm, ich empfehle nach wie vor, auf jeden Fall für alle, die es halt noch nicht getan haben, diese Nathan Drake Collection für die PS4 ruhig mal nachzuholen. Erst recht, wenn ihr die Spiele noch nicht gespielt habt, auch da wieder die Empfehlung. Dann schaut euch am besten das Let's Play nicht weiter an, sondern scrollt direkt runter in die Videobeschreibung und, ähm, besorgt euch das Spiel. Völlig egal, ob als Special Edition oder Standard Edition. Ja, und dann würde ich sagen, wir verabscheuen uns. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem Bibliotheksrätsel. Bis dahin, tschüssi Kowski.